Wie war dein Tag jetzt insgesamt in der Tanzschule? Also erstmal ist es ein bisschen Chaos. Heute war sehr Chaos. Ich habe euch gar nicht begrüßt. Also es gab gar kein Was geht ab, Leute. Willkommen bei meinem Video. Heute war sehr Chaos. Deswegen heiße ich euch hiermit willkommen bei meinem Video. 5, 6, 7, 8, gehen, 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 zack und klack und klack und boom und boom. So, jetzt beim Zusicht ziehen geht komp so ein bisschen nach vorne. Ja, also der ist schon irgendwie noch ein bisschen nach rechts geneigt. Aber ihr guckt nach vorne. 2x10. Schu, schu, schu. Schu! 5, 6, 7, 8. Weich und weich. Weich und weich. Das war's. Okay, und ein bisschen mehr jetzt mal. Ja? Ein bisschen mehr Power. Acht mal, kommt mal enger zusammen dahinter, dass da nicht so große Lücken sind. Du weiter nach vorne, ihr beiden nach hinten. Du bist in der Mitte, du bist in der Mitte. Du musst weiter nach vorne. Aber du bist doch vorne, du bist doch der Haupt. Aber die gehen doch mit, ihr sollt nicht auf einer Höhe sein. Verstehst du die Wörter, die aus meinem Mund kommen? Mach einfach. Bevor die Choreo anfängt, gehe ich nach vorne. Ja, macht ihr ein bisschen mehr Kreis und ihr macht richtig Halligalli jetzt. Halligalli. Halligalli. Das war gerade Hip-Hop Jugendliche. Und jetzt kommt meine Leistungsgruppe. Und? Was ist an Leistungsgruppen so besonders? Puh, das ist eine Wettkampfgruppe. Ja, wir bereiten uns für eine Weisterschaft vor. Musst du da strenger sein als sonst? Auf jeden Fall, ne? Also sehen die Leute jetzt eine ganz andere Seite von dir. Jetzt kommt die strenge Palina raus, auf jeden Fall. Mädels, könnt ihr jetzt zusehen, dass ihr langsam gesund werdet, dass nicht immer irgendwer einen gebrochenen Fuß, gebrochene Hand, Finger verstaucht. Oh Gott, wir können so nicht trainieren. Ja, wir mussten einmal den Saal wechseln, weil mein Chef in den anderen Saal jetzt irgendwie einen Kurs hat. So, wie der kommt. Goldie Gabby ist in der Haus. Hallo. Hallo. I look like a piece of shit. So, aufhören zu reden. Ihr sollt noch einmal kurz mit den Klamotten durchtanzen und fertig. Kann man denn in den Klamotten tanzen? Ja. Ja? Okay. Bist du zufrieden mit den Outfits? Auf jeden Fall. Das sind sehr nice. Wo hast du die gestellt? Pretty little thing. Pretty little things. Pretty little things. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. So, ich sage das ein letztes Mal, Mädels. Wenn ihr da tief geht, wisst ihr, was man immer sieht? Dieses hier. So, so. Euer Kopf ist hier. Hier. Und wenn einer schon so macht, man sieht das. Und warum kann ich, 26-Jährige, hier von mir aus eine halbe Stunde stehen und ihr, 15-Jährigen, nicht? Fünf, sechs, sieben, acht. Hoch! Noch mal. Fünf, sechs, sieben, acht. Warten, hier bleiben. Sitzen bleiben. Fünf, sechs, sieben. Diese Reihe bei euch da hinten. Katastrophe, ne? Bei euch jetzt auch. Was ist das denn? Okay. Gut. So, der Teil gefällt mir sehr gut, wenn ihr Power gebt. Der sieht ja echt nice aus. Boom, 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 klack, klack. Tief, 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 klack, klack. Da, 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 da. Das ist ja einfach was. Das ist mein Ohr, lass mich. Sieben, acht, ich mach fünf, sechs, sieben, acht. I am a champion. Okay, noch mal. Fünf, sechs, sieben, acht. I am a champion. Geht doch. Ja, tut gut aus oder nicht? Hey, aber, guck mal, es ist mir nicht. Also, so, Fuß hinter Fuß. Fuß hinter Fuß, achtet drauf. Vince, Vince, keiner wartet auf euch. Ihr macht, wer wir bei der, äh, Meisterschaft nicht so machen können. Das ist boom, tief. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Es geht nicht. Wirklich nicht. Sie hat eine Leistungsgruppe. Ihr könnt nicht fehlen. Und sieht zu, dass ihr gesund seid. Ich hab heute extra die Spagate nicht kontrolliert, weil zwei krank sind. Müssen die Spagat üben oder warum? Ja, müssen eigentlich alle Spagat können. So, wer kann Spagat? Wer kann kein Spagat, frag ich mal lieber. Mädels, jetzt mal ganz ehrlich, aus meiner Montagsgruppe. Ich hab den letzte Wochen gesagt, wie gut das ist, wenn man einen Spagat kann. Letzte Woche, gestern, gestern war Montag, konnten drei Mädels Spagat. In einer Woche gelernt. In einer Woche. Wenn man's will, kann man's. Alle denken jetzt, du wärst der strengste Mensch der Welt. Nein, bin ich nicht, aber es ist eine Leistungsgruppe. Das heißt, die fahren auf Meisterschaften. Da muss man ein bisschen strenger sein. Ich hab's auch auf eine andere Art und Weise ausprobiert. Das klappt nicht so gut, ja. Die Mädels fahren auf Turniere. Das heißt, die brauchen richtig Disziplin. Und ja, da bringt manchmal so eine strenge Art und Weise ein bisschen mehr als diese nette Art und Weise. Aber die wissen halt, dass ich auch anders bin. Nach dem Training, vor dem Training, ist das immer ein bisschen anders. Aber wenn Training anfängt, dann ist Spaß vorbei. Was machen wir jetzt? Zumba. Das war mein Dienstag. Es ist jetzt 21 Uhr. Ja. Ich bin sehr kaputt. Ich hatte heute eine jugendliche Gruppe, eine Hip-Hop-Gruppe. Da war eine Leistungsgruppe. Und ja, gerade Zumba. Und jetzt hab ich Feierabend. Hast du Hunger? Ja. Was willst du essen? Mir egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt keine Eile, weil dienstags nie keinmal bei Oma schläft, weil ich bis 9 Uhr arbeite. Das heißt, wir können uns jetzt noch was zu essen holen oder was kochen. Aber ich werde lieber dafür, was zu essen holen, weil die kennt. Geduld habe ich nicht. Ich habe jetzt Hunger. Leute, weißt du, wie oft ich höre, ich habe jetzt Hunger. Ich tue Essen in den Backofen und sie fragt in einer Minute 6 Uhr, ob es jetzt fertig ist. Ja. Leute, danke, dass ihr mein Video angeschaut habt, wenn ihr es euch bis hierhin angeschaut habt. Ich bin echt gerade sehr müde. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ja. Tschüss.